Neue Runde! Vergang dich die Arena! Ende des Jahres oder so. DUN! Was? DUN! Ich hab jetzt wieder mein richtiges Pferdchen. Toll, jetzt ist es nicht paar Sekunden vorher sagen kann. Ach ja genau, wie darfst du mit deinem Pferdchen, hä? Ich wollte dich noch mal erinnern und dachte mir, mach das noch nicht. Mann, Mann, Mann. Oh ja, da ist es. Bitte sterbt da draußen nicht. Ich möchte euch nicht als Skelett wiedererwecken müssen. Sprecht mich noch einmal an. Sprecht mich noch einmal an. Und ich werde eure Seelen zerstören. Das wollte ich zwar auch gerade sagen. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Ich würde nicht für mich nicht nur mit dem Unwützen gehen. Ich verinnerst du an diese Stelle mal kurz? Ich stand zuerst hier. Ich stand als aller 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 erstes hier. Dann geh ich halt mit dem unnützen Healer auf. Okay, bitte, ist okay. Dann bleib ich hinter der Bauer stehen. Hol dir seinen Healer und Wunders. So, hin. Ich hab nicht mal meine Hände an der Maus oder an der Apo. Gut. Vielleicht den Diablo, der braucht das wenigstens. Meiner ist der einzige. Ich seh schon, dass er Solo kann. Eigen Solo! Warte, ich hab noch einen. Ticket's low. Ich bin zu sehen. Sie haben mich mal Unerschöpfliche Möglichkeiten. Wenn die Jänner dann auch komplett umgebaut haben, die die nicht, oder? Nur ein paar Talente verändert, glaube ich. Ja, die hat automatisch dreimal diese Eisregen angefangen und vorhanden. Ach so, ja, aber dafür macht der Einzelne weniger Damage. Genau. Zu welchen wollt ihr? Jetzt anders. Ja, so wie immer, ne? Einer sollte unten, der Rest oben links. Safety. Ja, dass du nicht weitestanden möchtest. Ein strayer Wegblät. Oh, come! Ach. Es ist gut. Es ist es. Ach. Ach. Ach, come. Ach, man. Ach. Ach. Yoki 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 Das Ritual beginnt Schade Schade Nee, 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 nee Nee Huh Huh Schade Schade Jetzt Niemand hält mich auf. Niemand hält mich auf. Fertig für dich! Ich bin nur ein Schöne über dieses Glück. Ich weiß nicht, dass es mir genommen wird. Du bist den Tuch wieder immer nach vor Füßen. Das alles, oder du? Auch seit du nicht näher bist. Chaos bereitet einen Weg für das Dämonische. Wie passend Ich baute mal zurück, wenn die Mörder Doppel-KO, alter Schade Die Kugel war noch in der Luft Von der Ollen Die Kugel 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 Das war schön. Na? Meiner ist der einzige Weg. Hm. Sehr gut. Sputet euch. Die Altäne erscheinen bei mir. Ach so, Gefahr! Na gut, wenn die das Ding spenden wollen. Die Altäre sind wieder erschienen. Aktiviert sie jetzt! Kannst mich wirklich. Okay. Ich hab Angst. In dem Laser, Carsten. Voll die gute Idee. Ah stimmt, war ja auch voll beabsichtigt, das habe ich total gesehen. Ah stimmt. Oh schade, das bringt er noch. Deathrotation, Lilly tappt, yup. Ich habe bei unserer Zitadelle eine Blume errichtet, der in die Mitte des Schlachtfelds führt eine Qual von Drehstärmen. Wollen wir mal einen Kent machen? Ich habe ebenfalls einen Tunnel gegraben. Und eine Lilly. Ich bin mal nicht. Die ganze Zähne. Es treten die Altäre zutage Helden. Bereitet euch vor. Top. Das gibt es nicht, Alter. Ich verstehe auch nicht warum ihr zu zweit bot seid. Aber einer ist besser als keiner. Nein. Oh, der hat noch getappt, weil man den blöden Neo getroffen hat. Und was war. Ja, man, ja, es war ein bisschen, gut, lucky, dass wir jetzt noch einen haben wenigstens, aber... Dieses Reich ist mein... MEIN! Nehmt die Zitadelle unter, Bischof! Ferdigte dich! War das etwa eure Festung? Dieses Reich wird mir... allein! Nein! Oben, ne? Darf nicht. Hm. Ich bin. Ich kann nicht drauf. Das war's für heute. Der Gott ist schon wieder tot. Nicht ablenken lassen, wir müssen schnell runter. Und Leo-Rekner. Zeig es. Och Mann ey. Och, ne. Ja. Ja. Geil, ne. Ja. 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 Ich hab leider keine Mana mehr. Ja. 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 Ich geh da mal, ey. Ja, GG. Keine Chance. So will es der Nexus. Festung eingestammelt. Dafür wird der Totengräber bezahlen. Krass.